Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu den Nachrichten bei Prometheus. Im Mai geborene Kinder haben ein um 13% höheres Risiko später an Multiple Sklerose, kurz MS, zu erkranken als beispielsweise Novembergeborene. Grund dafür, so die Vermutung britischer Wissenschaftler, ist wohl fehlendes Vitamin D. Verbringen die Mütter einen Großteil ihrer Schwangerschaft im Winter und bekommen so weniger Tageslicht, wird weniger Vitamin D produziert, das dann auch dem Ungeborenen fehlt. Jetzt sei es laut Forschern wichtig, die Rolle des Vitamins während der Schwangerschaft näher zu untersuchen. Dass Mimik und äußeres Erscheinungsbild eines Menschen einen Einfluss darauf haben, wie sein Gegenüber ihn bewertet, ist bekannt. Ob und inwieweit das auch für Bewegungen gilt, soll eine Studie an der Uni Wien jetzt klären. Reden deutscher Politiker werden den Probanden als Anschauungsmaterial gezeigt, anhand dessen sie die Personen bewerten sollen. Wechseln Phasen geringer Aktivität mit solchen von mehr Bewegung, wird der Agierende beispielsweise als angenehmer bewertet, so erste Ergebnisse. Einem Team des Karlsruhe Instituts für Technologie ist es gelungen, eine Energiesparlampe ohne giftiges Quecksilber zu entwickeln. Die Lampe funktioniert mit einem ungiftigen Gasgemisch, das mithilfe von ebenfalls ungefährlichen Mikrowellen entzündet wird. Zudem habe die Lampe eine Lebensdauer von rund 30.000 Stunden und brenne im Gegensatz zur herkömmlichen Energiesparbirne sofort in voller Helligkeit und habe ein warmes Licht, so die Forscher. Nach zwei Jahren Entwicklungszeit hoffen die Wissenschaftler darauf, ihr Produkt nächstes Jahr auf den Markt bringen zu können. Kinder sind kreativer beim Sprechenlernen als bisher vermutet. Das haben US-amerikanische Forscher jetzt nachgewiesen. Bisher herrschte die Ansicht vor, Kinder würden hauptsächlich durch Nachahmen lernen. Dem ist aber nicht so, denn Kinder verwenden vielfältigere Wortkombinationen als Erwachsene. Kinder würden demnach nicht nur durch Nachplappern lernen, so die Forscher, die kombinatorische Kraft könnte die Grammatik aber nicht ersetzen. Das waren die Nachrichten von Prometheus, ihrem Wissenschaftsfernsehen für Baden-Württemberg. Aktuelle Nachrichten und Reportagen aus der Wissenschaft sehen Sie jeden Tag 24 Stunden auf unserem Digitalkanal, landesweit im digitalen Kabelnetz der Kabel BW oder weltweit im Internet unter www.prometheus-tv.de. Also schauen Sie mal rein. Ich verabschiede mich für heute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.